ja hallo und willkommen bei einer neuen folge borderlands mit dem salyrex hallo und ja machen wir mal weiter, ne? ne 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 gegner, gegner, gegner Geld, Geld, Geld da kommt die Battles raus ach, geschmarrig Battles hmmm, Battles brennt aber ich hab auch keine Granaten, jetzt hätt ich mal ne Granat nur auf einmal nein hmmm 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 hm hm Worte Fakterschießen, auch weil sie auf uns joe neiiin ja ne ja ne 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 sind Worte Falker wollen wir sehen hier zu viele Leute was wollt ihr denn jetzt ist es nicht fein was wir tun Alter meine Freude die Erkrankung durchsteigen was ist da nur los Prozent die Kölner nicht hoch aber ab mein Schott kamen es ist böse Schockgastwerke läuft aber ich muss mal bisschen war nach oben ich habe so auf ihn So regelt man das heutzutage. Will der mich verarschen? Die Shotgun, scheiße ist die. Junge, nein, passt schon. Geht schon. Junge, nicht mehr Shotgun. Junge, kein Counter-Strike-Style. Ich kacke es so ab mit der Schlappgenreine. Okay. Uh, ja. Junge, da muss ich rein. Uh. Okay. Hallo, klep, klep. Hallo, klep, klep. Woosh. Woe, maletjoe. Woe, maletjoe. 4 ich habe das Klo schon geplündert das hat es jetzt in den Fall gebraucht ja, war gut getroffen um war ist klar wer hat der Kratz gelacht ich wusste nicht was im Spiel was Herr Müller so aussehen mir was ja auch die Verkaufung Muniz also wo ich sie untergeflogen bin e ich habe 13 in den richtigen ja Die verarschen mich so, wie Juli mich verarscht. Ja, das erinnert mich an Juli und wenn ich an Juli denken muss, dann denke ich immer, ja, verarscht mich, weißt du? Was hast du für ein Problem? Sterbender Hund. Oh, Junge! Alter! So, wenn das nicht wird, wenn das nicht wird, weh! Wenn, das! Wenn, das! Mann! Wenn! Frau hat sofort ein Sturmgewehr. Hä, wollt ihr mich gerade irgendwie verarschen? Ach, einer war hinterher! Mann, siehne, dann ist es so klar! Er bleibt da so! So, dann passt! Oh, seine Hüfte! Passt ja! Kista! 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 Schiffste! aus weil die mann und verklebt und scheißen der Kraft ist ohne gesprungen die 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 ja ich mache mein geschützten jetzt müsste funktionieren okay weiter du musst weiter eine mitte dann ich mach mal ein geschützter um ob das was bringt okay der kratz an musste gesagt 6 alles wird nichts nach 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 als Schichter und Schott kann hin auch immer noch nicht in China da war was er zu sehen du Arschloch das Feuer ich krieg nicht aber der Bett ist vorhin irgendwie schwerer nice kann man gut verkaufen ich treff nix heute oh Junge hat da grad deine Mutter gesagt ich hab deine Mutter verstanden oh mein Gott was du brauchst doch Hilfe Junge verpiss dich nicht du wo kommt er denn oder wann kommt er denn hallo ja mach auf das ist hier niemand mehr das ist ja nichts passiert ich verkauf das ich verkauf das ich bin ich bin ich bin ich bin Ah, nee, dachte... Ohhhh... Ohhhh... Äh, mal rein... Oh, passt noch... Was? Was? Uh... Hahaha... Go ahead... Ah... 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 Pass doch... Yeah... Ah... Eigenlobe ... Das war eben doch auch schon loslaufen... Das kommt dann sa Burger... Shark Lieter... Hier auch schon AIDS... Steven, an das, dass er lange Platz-Rush nacional hat... Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, das machen wir. Ja. Ah, ist doch kein Ding. Mach dir grad Jump'n'Run. Mach das. Da ist dein Fernbeschäftigung. Oh, du... Ah, ja, Heilstand. So. Jetzt wird aufgeraunt. Oh, fuck. You, next level. Nein! Oh, ja. What the fuck, Junge, Alter, was ist das für Probleme? Ähm, ja. Würde ich sagen, wenn jetzt hier nichts mehr passiert, würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Ja. Äh, lasst ein Like da, ein Dislike, was auch immer. Ja, was? Und ja, wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.